Da oben hin! Ah! Da oben! Ich weiß nicht was das ist. Oder... Oh! Über dir! Nach oben gelaufen! Achtung Spinnen! Was ist denn hier los? Ich sehe keine Spinnen. Zombie! Boah! Fein Mensch! Boah! Boah! Wir müssen hier hoch... Äh, komm mit! Was ist denn da hoch? Keine Ahnung! Wir folgen dem Führer! And touch this dude! Was ist denn da los? Was ist denn hier? I'm the Muffin Man! Muffin Man! Oh Creeper! Meine Fakke! Meine Fakke ist weg! Aber irgendwie waren wir hier schon oder? Oh da unten ist was! Ich weiß es nicht! Oder waren wir da schon? Doch! Da waren wir schon! Ja da war der Spawner hier! Auch langweilig! Guck mal das! Eisen! Wo ist Eisen? Das ist Kohle Junge! Kohle ist egal! Da da da! Äh! Da fällt wie ein Stein! Da da! Hinten! Aber hochwertig! Ich will die ganze EXPs aufsammeln! Wacht denn hier! Da kommen wir halt mit hoch! Hä? Die ist aber da unten! Ah! Ne ne! Wir sind ja hier! Guck da sind wir gekommen! Hier! Hier sind wir gekommen! Na! Aber da unten rechts! Da sind wir als erstes gekommen! Achso! Dann reißen wir die mal aus! Warte! Warte! Der fremd! Das ist gut! Nee doch nicht! Burn Baby! Burn! Der lebt noch! Ach! Der lebt noch! Hallo! Oh! Eil und Bogen Junge! Und gibt's nix! Doch der Kader ist durch! Hier! Der Heingein! Pumpe! Mit Mann! Achtung! Ah! Die sind ab! Ah! Warte! Ich hab noch 100 Stück oder so! Da ist Eisen! Da ist... Oh! Krieger! Oh! 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 Warte, wo bist du, Klotschi? Ah, hier unten sind wir. Christian, hinter dir. Da unten ist Diamant. Da ist alles da unten. Geilo. Wir müssen nur irgendwie die Lava zukriegen. Alter, ein Haufen Kohle. Wir müssen hier was abbauen. Ja, eindeutig hier was abbauen. Ja, am Arsch. So, hab das Diamant. So, Redstone hab ich auch. Bleib mir bloß nicht in die Lava. Wo kam denn der her? Aufpassen, Jungs. Achtung, Klotschi. Wenn sie durchläuft, selber schon. Nix. Denk dran, Klotschi. Nicht nach unten graben. Naja. Könnte jetzt wieder verschüttet werden. Wollen wir doch nicht. Naja, nicht das letztes Mal. Ah! Was denn? Da kam gerade ein bisschen. Frisch die Kohle gerade. Oh! Aufer schüttet. Hehe. Jaaa. Sind wir. Vor mir. Vor mir. Jaaa. Überall Eisen. Jaaa. Überall Eisen. Jaaa. 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 Dicht machen ist langweilig. Hier ist doch nichts mehr. Hier ist noch Eisen. Und eine riesen Aderhieb. Wacke können wir uns doch sparen. Wacke können aber mehr als mitmachen. Kohle gibt es umlaufen. Boah. Boah. Ich muss gleich abhauen. Ey da. Schön zusammenbleiben. Warte mit der Spenne. Jaa. Deswegen. Da ist noch nicht alles erforscht da drin oder? Creeper voraus. Achtung. Skelett Mann. Weg 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 weg. Jaa. Ist das halt. Ähm. Headshot. Voll in den Knie. Wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt links unten. Da ist noch alles dunkel. Da ist noch alles dunkel. Gehen wir geradeaus mal? Du da ist da sagen. Da hinten ist hell. Achtung Skelett Mann. Was ist denn das hier, Mann? Hier ist ja total. Eisen. Oh. Was ist denn? Was ist denn? Hier ist das Ende, sollte ich verarschen. Mit unseren Messern. Boah, ich... Wasser! Das Leck schließen. Okay, hab's geschlossen. Ich bin hier, Christian. Oh, Spinne. Hallo, Spinne. Eisenweiler. Ja, Püüüü. Toll. Ah, das war die geile Untergrundwelt. Oder? Oh, rech doch, du Mistvieh, Alter. Aua. Rechts ist doch schon wieder ein Creeper. Guck mal nach rechts. Äh, noch drei. Moment. Hab ich Labis gefunden. Ich hab ne Kiste gefunden. Oh. Eisen und Brot hab ich gefunden. So, ich bin bei dir. Hinter dir, Christian. Was steht er mich? Ich bin auch hinter euch. Boah, ist das eine Riesenhöhle. Ja, Christian, hier. Ja. Da liegt. Da, hier, Christian. Komm mal mit. Komm mal mit. Irgendwas tischt hier. Willst du nur in grüß, äh, Gladi. Da unten. Da hab ich gerade das Brot her. Nach rechts guck mal hin, was ich gerade hier. Ah, ne Kiste. Da ist auch noch ewig. Da direkt daneben ist euch. Oh, ich hab hier. Ich hab keine Ahnung, wie wir jetzt gekommen sind. Ich hab mich total orientierungslos. Wer weiß, wo wir sind, hey. Gut. Wow. Ich rudel mich gerade wieder nach oben, aber... Hier rechts. Hier ist... Dienen können wir immer gebrauchen. Hier. 41 Eisen. Warte, wo bist du überhaupt? Ach so, okay. Warte, ich komm gleich. Hier ist Eisen. Mann. Das ist nett, Mann. Was seid ihr jetzt? Ach da. Portet dich einfach zu uns. Keine Ahnung wie das geht. Dann frag uns da G. Portet mich zu euch. Ach stimmt. Ach stimmt der. Auf dem Boden überall Wetter und alter. Aua. Aua. Da unten gehts wär immer tiefer ne by the way. Aua. Eisen und Redstone und alter. Der voll er... Der voll ergiebig hier. Halt auch die Schienen. Da kümmern der Raub. Ne mitnehmen. Aua. Der voll ergiebig hier. Ich nehm doch alles mit. Was willst du denn? Zombie. Hallo Zombie. Komm her. Boom Headshot voll im Knie. Ich nehm doch alles mit. Aber übrigens ist Christian. Christian. Unsere alte Mine musste ich zumachen. Ich bin da vorhin rein und da ist mir eine ganze Horde Zombies entgegen gekommen. habe ich zugemacht erst mal unter die lapis klatschi vor mir ist total viel wasser ich muss mal zu machen da unten sind noch ewig viele redstones was ich mache ich mache ich mache ich mache ich kann nicht haben kann nicht wasser noch mehr wasser wo kommt es herrmann ach da kommt es ja eisen 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 und lapis also das ist ja eine geile miene ich habe ja vorhin irgendwo in der ziegelhöhle gesehen ja da müssen wir wieder falsch gelaufen müssen wir wieder zurück wollen wir auf christian warten warte mal da ist die sackgasse da war die sackgasse da war es eins weiter links eigentlich in der luft oder was irgendwo war war da ah sie ist dunkel warte wo war die große höhle hallo creeper zurück 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 hallo zombie ja genau hier ok super hallo warte warte k hallo ich würde mir nicht irgendwie da runterschauen auch hier mal kurz zu, dass er nicht runterfällt, ne? Richtig genug Jaja, halt dein Maul Achtung, hier ist ein Enderman drin Geht vor Arsch Ja, bei mir ist ein Enderman Guck ihn bloß nicht an, einfach dran wobei laufen, nicht angucken das Viech Da in die Richtung Da drinnen Nicht angucken, einfach dran wobei laufen Oh, wir schaffen den noch zu dritt Einfach in Ruhe laufen Ja, mach den Achtung Ich knallt So, mach den Kug Der macht ja ein paar Geräusche, hey Der macht ja ein paar Geräusche, hey Herr Schlott Irgendeiner hat angeschossen Ich hab nicht angeschossen, gar nicht Nächstes Mal einfach die Viecher nicht angucken und dran vorbei laufen Die Viecher sind neutral, die machen normalerweise nichts Wir haben uns einmal so nicht ärgert Er ist so viel Holz zu mitnehmen Ist noch irgendwo einer Hörn rumgurken Ah ja, da ist er Ah, bei mir Ich seh ne runter Wollen wir noch Daumen machen? Ich bin hinter euch Lasst ihn einfach nicht angucken, einfach dran vorbei laufen Kann ich einfach Daumen machen? Lasten 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 In Ruhe Halt die Fresse, Mann Ich bin hinter euch Du bist nach oben graben, oder? Ah, Creeper Hallo Creeper A-Fail Da hinten ist eine Spinne Die guckt mich so komisch an Da war es doch noch dunkel hier drüben Noch ne Enderman hier unten, Alter Gibt's doch nicht Hau mal um Nix, lass das Viecher in Ruhe Der hat mich Ja Lass ihn machen, Mann Ja, den greifen du als nächstes an Der hat mich letztens beinahe getötet Der Erste Greif den an Ich beschieße mit einem Bogen Okay, ich opfere mich Alter, Mann Wurde hin? Wurde hin? Ah Jawoll, Ende Auge Wurde hin? Wurde hin? Wurde hin? Wurde hin? Wurde hin? Da ist ein bisschen zurück Wurde hin? Wurde hin? Wurde hin? Wurde hin? das wollte Party machen Party? Toll Ey, wir müssen zurück, warte, da war doch grad Oh man, jetzt habe ich die Höhe verloren Was wolltest du hin? Mal langsam Irgendwo war das gerade, wo es umgekehrt war Achtung, Zombie Da vorne, oh, Kohle Wow, ey Aber was für Kohle Oh, da ist Ohr, ne, da ist Ohr Was wieder da, da schaufelt Da ist Kohle ohne Ende Ja, da ist eine riesige Adern hier unten Das ist Wahnsinn Wir können dann unser Tiefenlager aufmachen Hä? Wir können dann unser Tiefenlager aufmachen Wenn das hier so weitergeht Das haben wir doch eh Da ist auch mal Licht Da brauche ich mal ganze Kohle nicht aufeinander Nein, 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 nein Enten ist die Höhle Achtung, vor mir von der Seite Ja, ja Ich hab die Höhle gefunden Wow Wow Wo ist denn da hinten, ey? Da hinten ist ja voll Qualität Komm mal runter, Mann Voll Action, komm mal hier Wiesel Action War das ein Bogen? Ich hab einen Bogen gefunden Oh, Lava Water Ich machs zu Aufzubrennen, Mann Ich hab einen Bogen gefunden Aufzubrennen, Mann Ich hab einen Bogen gefunden Vielleicht zu machen Oh, ist zu Ich hab nur ein bisschen wahr Einfach eine Ebene hier, zack, zack Und es ist finster Oh, über uns Bei der Honda, oder? Hab ich das gesehen? Wie aus ne Kiste Rot, eins, zwei Eisen Schick alles, Mann Pumpkin Seeds, Melonsamen Melonsamen sind selten, Mann Pumpkin Seeds, oder was? Melon Melon hab ich mit, ja Gleiches Umständen auf Deutsch, ja Lang... 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 Langguage Deutschland Kritik Ahaha Oh Jetzt zischt irgendwas Ja, hinter dir! Ja, wunderbar Diamant War immer, immer gut, immer gut Äh, das war schon? Ja, Diamant ist nie viel Noch am Ende des Gangs, wo wir grad Diamant gefunden haben Oh, Entschuldigung Da, halt! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen Also ich würd sagen, wir graben uns nach oben, wenn wir nicht mehr rauskommen Hey Jungs, äh... Ich will nicht sagen, ne, aber ich kann nichts mehr Ja Ich bin auch voll, wir müssen raus hier Ich hab, ich hab ein 64er Stack Eisenerz Alles Alles Alles, ich hab Kohle, ewig viel Alles Was denn, graben wir uns nach oben? Haben wir noch bitte Bitte? Ja, also ich... Ich bin glatt, wie wir gehen jetzt Also... Ja, also ich... Also... Lassen wir mal... Lassen wir mal kurz noch hier Na gut, gehen wir noch ein bisschen gucken Ja, da, 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 hier Da geht aber auch nicht, da ist noch mehr Ahnung, ich kann sich aufpicken So, wo ist Christian jetzt? Gebronn, also Hoffentlich kommen wir an der Stelle raus, wo es auch Einigermaßen bekannt ist, sonst haben wir ein Problem So, finden wir jetzt irgendwie da raus Eisen Eisen gefunden, weg, weg, weg Ja Ey, nimm mal jemand den Bogen hier auf, Mann Ich hab keinen Bock aufbogen Eisen Da ist noch mehr Eisen hier Wo, 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 wo bist du überhaupt? Nach vorne gelaufen Ah Ich glaub ich selber auch gepickt, oder? Wenn, wenn das Deck noch nicht voll ist, kannst du es aufpicken, ja Oh, oh, oh Enderman Leiden ist wieder hin Ich höre nur irgendwo, keine Ahnung wo es ist Ich höre nur dieses Ich höre nur dieses Wie man immer das bezeichnen soll Halt entoplasmatisch alles ausleuchten wenn ich das bauen kann und trotzdem das ist ein da wo man kommt also finden wir ausgaben ah 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 ich habe ausgaben echt sehr schön glücklich 1a können hör auf noch mal nicht mach den Schwerdbrot ne? gleich ein guter Raubflug ist ja gleich wieder kaputt wo wir jetzt sind da unten ach ja zu dir vor übrigen ist das ein End so gleich Christian apropos ne Endermenschen in den Höhlen nicht ne? stop das wollte ich mal so angefügt haben naja jetzt wissen wir's her warte ich freu dich zu mir warum läufst du so schnell man äh 2 mal auf B drücken hihihi hihihi alter das haben auch gut Beute gemacht hey jetzt wo man die obere Welt erkunden war ein bisschen Ich werde gleich mal googlen, wie man den Kompass wieder aufs Bett einstellt, das wäre optimal. Braucht man nicht irgendwas anderes. So, ich fahrs mal los. Ich fahrs mal los. Hey! Hui! Hau ab! Tschüss! Hau ab! Ich hab keine. Da fällt mich irgendjemand vorher. Hat schon was in den Ofen reingeschmissen. Was soll man eigentlich die Enderman-Perle hin tun? Welche Kisse? Herzen. Herzen? Ja, pack uns. Bei Herzen rein. Schaltiger. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Der ganze Tier. Genau, ich hab nichts gemacht. Ah, sie kommt da drinnen. Hör ist nach der Wand. Genau, du fette Schwein. Hä, wir haben jetzt 1 viel nicht auf der Schiene und 30er Schiene hin. Stimme darfst du öffnen, wenn du es nicht verarschst. Ja, ich glaube auch mal, aber ja, wir arbeiten mit Eisenbahnen. Das ist egal. Eisenbahn. Ja, ich warte noch, bis das hier fällig ist. Eisenbahn mit. Warte, freut ihr mich? Warte gleich. Brenn mal schnell das Eisen durch. Ja, mach ich auch gerade. Welche Bilder? Ach, die ja. Quatsch. Das ist... Polo... zu mir. Hallo. 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 Hallo.